So, na dann wollen wir mal. Also, du gehst hier auf meiner Website agnesjohannaart.de und gehst dann auf Willkommen und da unten ist Newsletter. Da gehen wir jetzt einmal drauf, dann scrollst du runter, liest dir alles fein durch und wenn du das alles fein gelesen hast, meldest du dich hier mit deiner E-Mail an. Ja, ich gebe jetzt einmal hier einmal eine E-Mail von mir ein. So, dann klickst du dieses Häkchen hier, dass du mit den Datenschutzerklärungen einverstanden bist und jetzt gehst du auf Anmelden. So, jetzt bekommst du in deinem Posteingang mit der E-Mail, mit der du dich angemeldet hast, bekommst du Brief. Aktualisieren ist schon da, dann kommt hier die Bestätigung. Bitte bestätige deine Anmeldung. Wenn du das nicht tust, bekommst du kein Newsletter. Also, hier steht, das hast du von mir bekommen, bitte bestätige deine Anmeldung, indem du hier klickst. Einmal hier klicken, dann bist du weitergeleitet und damit ist das Prozedere dann abgeschlossen. Dann steht nämlich hier unten, deine Anmeldung wurde bestätigt und so erhältst du auch den Newsletter. Ich hoffe, dass dir dieses Video hilft, dich ordnungsgemäß anzumelden, damit du dann auch wirklich diesen Newsletter dann erhältst, jeden Monat.